ja ja so und hier sind wir direkt zurück mit let's play pokémon platz in part 4 genau im letzten part haben wir den pokélex hier im inventar oben erhalten und mit diesem pokémon jetzt können wir jetzt mal unsere pokémon sehen ich habe jetzt aktuell vollbruch drauf ein paar pokémon zu fahren und dann gehen wir jetzt zum wahrheit dort genau wahrheit ich habe auch viel pokémon dabei und so kann ich glaube und pokébälle seht ihr wagen wo kann man eigentlich so und es ist die fahrheit endlich level fünf das ist schön das fangen wir uns und 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 zweimal ja schön noch einmal ok das reicht dann nochmal vielleicht ist es mal wollen wir können was zu holen ja wir nehmen noch mal ja ok wir haben noch mal keine volltreffer von flammen ok gut so und jetzt nehmen wir ein pokémon und es so es ich glaube es nicht höchste st so es geht nicht einmal aber auch dass es die 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 ist ein pokéball kann einmal zweimal mann ist die gesicht auf und schlecht durch der hand ist ganz wichtig ist ein raum gegen hier nächste bokeball einmal schwer das gibt's doch nicht also drei kuppe bälle und dann warten acht zweimal Einmal. Zweimal. Ja. Scheiße. Jetzt ging er ab. Jetzt wirst du gehen mit einmal tief. Geh dich daumen, geh dich daumen, geh dich daumen. Boah. Okay. Sehr. Tschöö. Hab dich. Okay, tschüss, Peter. Oh, oh, oh. Oh, tschüss. Was hab ich denn sonst? Ich hab hier noch gespielt. Ich hab hier noch gespielt. Ich hab hier noch gespielt. Soll ich das denn jetzt riskieren? Ja, okay, ich riskier's. Am besten wäre jetzt natürlich Pflanze. Wollen wir die Pflanze verfahren, vielleicht mit dem. Ah, komm. Bitte, Pockenum, kommt ihr mal. Hallo. Ah, eigentlich. Und? Schickiii! Das wollte ich. Ich wollte nicht laufbar sein, komm. Okay. Oh, geil. God the fuck. Okay. Ich möchte wahrscheinlich gleich hier... Fahne auf, ne Scheiße. Wir müssen den Pflanze zerben. Los. Fangschieben. Ja. Ja. So fängt man Pokémon, Leute. So fängt man Pokémon. So, für Shigibu da eine Eintrage im Pokédex angelegt. Nö, wir geben Shigiii keinen Spitznamen und dann geht's direkt weiter. Jetzt haben wir ein Wasser Pokémon schonmal. Den Anfang. Tausch. An die erste Stelle erwähnt an Flammen. Dann geben wir Pokémon heilen. Und gehen danach. Ein paar weitere Pokémon-Sum. Ah, kann ich ein Pokémon suchen? Ich wollte mich vielleicht auf das... Vielleicht Pisa. Das wäre richtig geil, wenn das Pisa eben auch drin ist. Naja, die Musik kuckelt schon. Das muss ich mal zeigen. Gut, da haben wir schon mal so ein Pisa. Das ist schon mal nice. Okay, jetzt kommt der mit auf den Shigikampf. Ich brauche die Masse da unten. 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 Komm, ich hol's dir dir. Ist der ja ungeschlagen, Victor. Da bin ich eigentlich... Na ja, mir ist das. So, wir können weg. Okay, das ist nicht schlecht. Die Taktik aber ist so gut. Also weiß ich nicht, was das macht. Okay. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das Ding jetzt da und nehmen wir den Knüppel. Okay, gut. Volltreffer. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier erstmal wieder im Sandgämme. Okay. Wir müssen dann aufpassen, dass wir vielleicht dieser mit Prüf-Poketball empfangen. Wir haben jetzt gerade Poketball. Mangel ein bisschen. Ich glaube, wir kommen von... Ja, da oben nehmen wir das jetzt. Oder das andere. Ich glaube, wir bekommen da was. Ich gucke mal später. Ich gucke mal später kurz in der Schlachtgang. Oh, jetzt. Ich weiß, dass ist das Leck. Ihr müsst es uns nicht in die Kommentare schreiben. Das Spiel geht einigermaßen. Das ist... Aber jetzt bin ich Kale. Ja, ich weiß. ja ich habe schon 1 ich hab doch schon einen Pokémon gefangen und da gibt es mir eine Sprocketbälle und nicht die beiden Klaren ja toll wie die ÖXT also du komm, wer ist die denn? alter wie schlecht Hm. Ah, ich habe den aufgenommen. Ich bin bereit zu einstellen. So. So. Ich werde ja gleich wieder erzählen von Dior. Aber ich bin jetzt zuhause und will so loslassen. Ich werde nicht die Story. Kichos, siehste, ist doch nicht klasse. Eigentlich sollte man ein Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich das getan habe. Zäh ein Pokémon so viele KP wie möglich ab. Wenn ein Pokémon ist, ist es schwer zu fangen. Oh, und wenn die Pokémon mit einer Attacke entschlafen oder so, ist es noch einfacher zu fangen. Nun dann, Lukas, den Anfang schenke ich dir 5 Pokébäder für früh, ist ein Pokémon. Auf langen Reisen ist es sicherer, dass du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denne. Ja, tschüss. Perfect, Leute. Und mit dem 5. Part beende ich hier dann auch erstmal die Serie hier mit dem 5. Part. Unser 1. Teammitglied ist damit gefangen. Unser Shiggy und das trainieren wir im nächsten Part. Und werden damit auch noch andere Pokémon einladen. Aber ich sage jetzt erstmal für den Part Ciao und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.